ok ja das stimmt wo ist was kaputt also es kaputt sollte ich doch lieber der randy und portzeit und schieben holen wir schon wieder hallo kämpfen noch einer der reden kann einen segel auf geht's noch die machen wir fertig ist einfach so ist einfach so ein mensch noch kollisionskurse brauchen die segel und aber auch eine anrufe und ihre nase kaputt ist dann können wir uns nicht mehr ran ich dachte mir ihre nase ist kaputt könnten wir eigentlich mit dem ticke ist ich sage ihnen das schiff einer ist oben an bord aber wir können das schiff das mal kennt das ist ein feind ist ich dachte er kommt schon in die dep scheiße das musste ich erst mal kennen ist er jetzt noch drinnen der vogel pumpe was ist kaputt orientierung ist er noch drinnen der blödmann die haben keine segel natürlich für die stelle wieder dran das muss auch nicht weiter reparieren die segel sind wir den hohen klattern oder weiter jetzt gerade gut gut einer an die pumpe und dann auch bei der linke seite bereitet ich komme junge am pumping am pumping am pumping der linke seite komplett fertig rechte seite ja linke seite bereit machen wir haben gleich eine gute seite wir schauen was holt er das wo ist denn der links feuer und Gott, die ganze Hand wollte ich nicht sagen. Ich kriege nur noch rein. Bindest nicht. Bleiben wir am Leben. Kommt da einer? Oh, er sinkt. Oh, das ist Stoutlösen, das ist eine Zeit, das ist immer ordentlich. Aufgelaut, ne? Oh, ich hab ihn erwischt. Scheiße, ich muss immer reprieren, irgendwo. Das Schiff ist verloren. Der Schiff ist nicht verloren und gepumpt? Nein, Dirk, da lohnt sich das Pumpen auch nicht mehr. Da lohnt sich das Pumpen auch nicht mehr. Scheiße. Ihr Muddys. Na, das war jetzt nicht so, ne? Käpt'n ausgelt, ja. Ich glaube, da sind alle dort. Da ist ein Bahn gegangen. Was denn? So. Alle noch da? Wacht mal ein bisschen. Also, alles schon fertig. So. Da haben wir ein Kügelchen rein. Da. So. Stoppen. Äh. Busch. So. Was ist ein Schiff oder was ist das? Ja, super. Ich bin gegen zwei Schiffe. Das eine hat aber nur ein Mann drauf. Das ist ja nicht. Deswegen sollten wir das anwalt. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Deswegen sollten wir das anwalt. Ja, da. So läuft das. Ja, da. Genau, ich bin echt gut. Hier ist ein. Achso, das läuft schon. Wo ist denn hier ein Schiff? Kapitän, du brauchst mal ein Reichenlack. Gehen alle boarden. Ich werde dann hier versuchen, unser Schiff direkt wieder fahrtüchtig zu machen. Hier sind keine Kinder. Alter, wie wir drauf machen. Eine Hilfe! Nein, die sind ja nur auf einem Schiff. Dann ist es hier nicht. Wart. Kommt der in anderen? Stehen alle vorne rum? Rechte Seite bereit machen! Ich bin bereit! Ja, bereit! Das war ein Schuss, ja toll, jetzt müsst ihr auch nicht mehr feuern. Oh, ihr müsst schon ein bisschen auf das Holz des Schiffs warten. Der Kollege. Sagt Bescheid, die Form vorbei, wie sonst was. Reparieren. Geh vom Segel da weg, Kenji. Wie geht die Kugel an mir? Hey, jetzt. Ja, viel zu was viel früher ansagen. Ich glaube, ich darf auch beide zitieren im Eiltempo. Linker Seite bereit machen. Rechte Seite, rechte Seite, Entschuldigung. Was ist rechts und was sind links, Kollege? Uh, da wird trocken. Sehr gut, die wollen uns entern. Das müssen wir ausnutzen. Zwei von denen sind tot, drei sind tot. Sehr gut, die machen wir. Sie sind noch nicht im Enten-Bodus. Sie können noch schnell respawnen jetzt. Wir sind grappled, die kann nicht mehr respawnen. So, so. Wir sind noch gar nicht dran, Mann. Erst für das Grappeln fertig ist, geht das los. Ich dachte, sobald das Grappelt steht, zählt das. Mh, mh, mh. Kapitän, der weiß nie, was ist. Ich habe das Grappelt spielen, hat er gesagt. Ich muss mich aus der Frage stellen. Da sind wir schon dran, Mann. Scheiße. Ja, wir sind ja grappled. Sobald oben das in der Mitte steht, sind wir in der längeren Zeit. Ja, sind wir. Lass mich wieder rein, ja. Das ist vielleicht selber abhängig, jo. Ach, was? Ich finde, das ist nur wie das, was man dran ist. Ja, guck zu was. So, Kenji, noch so ein. Ist ja auch ein Sauwerter hier, meine Fälle. Ja, nichts mehr gesehen, das ist verschwollt. Das wäre ja das Ding halten. Hey, wir haben's. Nice. Lässt da mal weg. Schlecht, Kollege. So, dann machen wir einer, dann segeln wir das fertig. Wir suchen uns das nächste von denen. Ja, wir haben auch eine Segel, der fertig wird. Werd mal stehen, ich muss mal wieder an Bord kommen. Gut, kann jetzt. Was dauert, ja? So. Wie geht denn das? Aha, das unten, das mache ich auch. Ihr könnt gerne hochklettern. Und da muss man unbedingt gerade so rechnen. Ich habe nichts hatten, was die gelabert haben. Sag, ja, ich bin ja. Gutes Willen, das ist aus der Matrix. Das sieht noch nicht richtig aus. Das muss noch ein bisschen ordentlich gemacht werden hier. So, sieht uns hier die Kanonen aus. Die ist gut, die ist gut, die ist gut, die ist gut. Alle gut. Ob heute nochmal die Sonne rauskommt, das ist kein schönes Wetter. Nee. Da schießt der eigentlich so verrückt. Oh, da hinten ist ein Schiff. Gut, dass der Kapitän immer Anweisung gibt, das ist wichtig. Ist er da hinten, oder was ist das? Fühlt ihr mich so besser? Ja, jetzt ist wunderbar, Kenji. Gut, ich musste meinen Pegel liegen noch heute rein. Gut, ich muss noch eine bessere Sicht hier. Aha, aha, aha. Welche Stimme haben wir denn? Wie sieht man das hier? Oh, oh. Irgendwann? Ne. Bloß die einzelnen Spieler. Hier fahren wir eigentlich. Rechte Seite bereit machen. Na, bereit ist ein bisschen zu spät. Ja, war zu schnell, tut mir leid. Alles was Problem ist, ist ein volles Entgegenkommen. Das kann passieren, mal mit der Ruhe. Mal mit der Ruhe hier. Ach, ich mach mir da keinen Kopf, keine Sorge. Guter Schuss. Scheiße, da hab ich nicht gesündet, oder was? Bin ich reingekommen? Sind doch nicht, da ist ja längst vorbei. Ich drehe ab und versuche die zu verfolgen. Einer nach vorne an die Barkassen. Jetzt hab ich eine Kanonkugel hier. Das ist ja scheiße. Rechte Seite bereit? Ich höre es. Ja. Oh, hat er schon gewolltiert. Und wirklich. Das ist ein guter Mensch. Rechte Seite bereit sagt er immer. Nichts ist an der rechten Seite beseit. Die brauchen Ewigkeiten. Ihr Muldies, strengt euch ein. Ich bin der Anpeitscher von der Seite. Oh, das ist bei dem Wetter sieht man auch nichts. Linke Seite bereit machen. Linke Seite. Hinsicht. Ich habe ein Video. Nehm das. Hoisit nicht gepumpt. Er hat »geschossen«. Okay, wir reparieren. Und linke Seite weiterhin bereit halten. Was ist hier erwischt? Ich bin ein bisschen hier. Das ist was gut aus. Weiterfeuern, wir halten die schön unter Druck. Was ist das kaputt? Das ist nicht kaputt, haben sie kaputt gehört. Ich habe noch eine neue Kiste hier, Kollegen. Ach, der war ja schon mal. Na gut, das läuft ja hier. Frau, muss bitte eine Anweisung. Lass die Gravelin gleich. Die Kanonen sind bereit, um nichts zu verbrechen. Die Kanonen sind bereit, um nichts zu verbrechen. Sieh das! Sieh das und sieh das. Die Kanonen sind bereit, wie es nie zu verbrechen. Die Kanonen sind bestätig, auch richtig Kanonen hier. Und jetzt links sind die Gravelin. Die Gravelin sind geladen. Wieso mal anschieben? Ja, ich bin geladen. Ja, ich bin geladen. Dann Feuer. Wir haben es geschafft, jetzt haben wir es geschafft! Wir haben es geschafft, jetzt haben wir es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, jetzt haben wir es geschafft! Da ist einer. Bis auf dir, die wollen die Gravels abmachen! Zwei Kills! Was ist der Kapitän? Steht da oben, der? Oh, einer bestätig! Oh, einer bestätig! Ja, der ist der Mann! Ja, der rauskommt, schwer der raus! Der wusste mal! Hm! Ich glaube, einer ist noch dran! Ich glaube, einer ist noch dran! Es ist nur noch einer! Der Baumiel! 30 Sekunden noch! Harren wir nochmal hindest! Der Baumiel! Der Baumiel! Der Baumiel! Der Baumiel! EH! Der Baumiel! Komm, Handlauer! Der Baumiel! Wir würden doch antwenden, die Schiff sind weiter! Das ist gut! Und der Baumiel! ein bisschen schön aus wetter war das gerne machen was wenn dann nur auf abruf ansonsten würde ich gerne die volle feuerbau haben wenn wir die sowie gerade in der zange haben dann können wir ansonsten bleiben wir schön auf distanz und nutzen unsere präzision also wenn ich auf die punkte gucken anhand des präzision ist dabei alles hier alles alles ich hab ein klang kann und die kann und hier schon angeforderte sind sind in der kajüte trottel gewackelt hat jemand rum für mich nein und schick gar nicht nicht verstand ich die ganze zeit wo ist nicht mehr ob das wieder mal kommt ja ich muss mal aus dem kursen kapitel drüber oder was ja du hast gesoffen und jetzt wieder an die arbeit ich will schönes wetter haben es gibt es ja nicht ach die haben schon wieder zwei schiffe besetzt einer allein auf dem schiff der idiot den schnappen wir uns ich hab hier kills angekriegt gibt es ja auch nicht meine ersten richter runter da kann man schon mal zufrieden sein ist ja egal wenn dann killst das schiff rip also was wir auch machen könnten ist wir könnten jetzt zum Makajone fahren und da alle Kanonen nachnahmen die dahin locken was ich auch machen könnte was haben wir als wir mit meinem Kollegen also den anderen selber waren ja gegen andere haben das so gemacht welcher drauf? gerade ist jetzt der Einsatz rechts rechts das dauert und links ist auf gott wichtig nein nicht das ist spät zu spät ich sehe gar nicht ja nicht nur du junge ich sehe doch die Lampe nach du hast vorne und hinten am schiff immer eine Lampe da kannst du gut die Mitte abschätzen okay ich habe mich gesehen davon hinten ist gut zu wissen einer war das Segel reparieren Scheiße ich muss da hoch oder was immer schon ich sehe wenn der da hoch geht rechte Seite bereit verdammt ich hätte gar nicht so die Zoffer fliegt ich gehe sie jetzt aber leider Jungs ihr müsst auch alle feuern wenn ich rechts bereit sage ich muss rechts feuer sagen ich muss rechts feuer sagen repariert das Schiff ich sterb sonst ich versuche zu entern ganz laut ich entern jetzt nicht macht das Schiff erstmal wieder fertig einer haben eine Pumpe und repariert ich bin eine Marsa alleine deswegen diese ne ich steuert sich an hier Linke Seite bereit machen, stand nicht. Linke Seite bereit. Stimmt. Habe ich nur einen Mann an Bord? Ja. Dich selber. So komme ich mir davor. So komme ich mir davor. Ihr könnt schon mal was kaputt gemacht. Ja. Es ist ja egal. Easy. Na ja, es war das erste halbwegs normales Spiel, muss man sagen. Das macht schon Fun, aber... Es war echt dunkel und Sturm. Es ist nicht gerade gleich der beste Einstieg. Irgendwie hatte ich vier Killswinger gekriegt. So, wie immer. Aber es ist echt Alpha, muss man auch sagen. Das läuft noch nicht so. Noch nicht, Bruder. Äh. Da habe ich keine Lust auf so einen Quatsch. Das ist ein Special. Ihr habt es gesehen. One Man Army. Okay. Das mal später mal. Findet Nemo. Muss ich abstimmen? Lotto weg von meinem Bruder. Ach so. Also Kapitän bewerbe ich mir erstmal nicht. Ja, ich muss erstmal gucken, wie ich euch die Dasten bedienen kann. Wissen du ist da rum. Ich mach das doch schon, du Vogel. Gibt's gar nicht. Wow, wir haben ein Ging auf dem Schiff. Die Hodor. Kennt ihr schon im Versteck? Das Gewir. Dein Versteck. Springst du schon wieder von Bord? Das ist ein Kollege. Wir wurden geentert, er läuft hier rum. Das ist eigentlich nur praktisch. Noch besser als oben im Segel zu sitzen. Ich habe schon erlebt, der hat vier Leute weggesniped. Oben aus dem Segel. Das kann sein. Aber mittlerweile grüßt jeder nach oben. Aber niemand nach unten. Weggesniped. Hat keiner gesagt, weggesniped. Der hat Auge rausgeschossen. Deswegen laufen die hier auch immer vorbei. So, ich bin dazu. Ich bin jetzt oben. Ich bin auch oben. Das ist klar, was machst du denn? Normalerweise wäre das Kackwetter. Ja. Ich fang mich auch. Ich will Sonnenschein. Sonnenschein. Nee, es ist aber gleich mal ausmachen. Ja, ziemlich spät. Scheiß nochmal. Oh, war die gut. Gute Salver. Gute Salver. Ich bin leider tot, also wir können nicht manövrieren. Repariert mal das Schiff in der Zeit. Ja, ist alles in Ordnung. Ich bin auch oben. Ich hab wieder mal ne Bombe eingestellt. Links bereit, jemand mehr. Dreh nach links, drehe nach links. So ist gut. Ja, so ist gut. Ruhne rum. Ruhne rum. Hier muss noch einer mit dem Plus rumlaufen. Gehen wir rum. Schwer uns mehr, Rappe. Lade da alles nach. Rechte Seite, rechte Seite. Rechte Seite. Mehr nach rechts, mehr nach rechts. We've gone and done it now, Mati. Läuft, Kollegen, läuft. Schreit der so. Du musst mich heilen, kümmert euch im Süden. Wir sollten alle auf das große Schiff wechseln, ne? Das würde mehr Sinn machen. Keinen ready. Da spricht der Fischkopf. Dezent alleine. Kapitän. Selbst ein Hunter. Ohne Crew. Ist das los öffnen, ey? Das ist ne Scheiße, nochmal. Alle Mann reparieren. Warte mal einen Schluck dringend, das kann ich nie reparieren, ja. Ja, warte. Er sagt, bist du auf die Galleone oder wie? Naja, Galleone Wechsel macht jetzt nicht so viel Sinn, weil, finde ich zumindest, der Server füllt sich sowieso gleich. Guckt einfach, dass er mit dem 3er Schiff ein bisschen von der Entfernung raufschießt. Rechte Seite. Ich kann das Schiff nicht mal fahren, gerade. Ich kann das Schiff nicht mal fahren, gerade. Ja, warte, ich komme hin rüber. Ach, wir haben jetzt 3 Meter... Ja, ich habe meine Waffen nicht ausgewählt, geht schon. Und der Boddefallraum. Ja, ne, ich habe keine Crew, läuft bei mir. One Man Army. Ah, eine Person. Können wir ein bisschen nach rechts rein? Einfach rein. Mit dem dicken Pimmel voran, auf, rein. Ach, schaffst du schon. Du musst halt gleichzeitig reparieren, pumpen, laden, schießen, kriegst du hin. Nein, ich gehe entern oder kentern. Die gehen auch kaputt. Gut zu wissen. Ahoi. Wir haben einen Hammer draufhörer. Schnell. Und der Rest auf die linke Seite. Wir werden gerammt. Wir werden gerammt. Wir werden gerammt. Schneller. Okay, ich glaube... Mein dicker Rampfsporden hat sie im Visier. Macht auch einen Scheiß allein, da kommen so viele. Ja, einfach rein, Mann. Ich glaube, das war's für uns, diesen Rips. Ah, einfach rein. Ich will nur, kann ja die Löcher flicken. Ist das irgendwie ab? Fall für ein Springen, eSport. Wir hatten... Wir hatten... Wir hatten... Wir hatten es auch dezent in die Elbblätter. Ach, dann... 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 dann fahren wir einfach rum jetzt und badmütlich das Schiff will. Und er pumpt immer noch. Gut, jetzt reicht's aber. Das war... Sollts erstmal gewissen. Ein bisschen die Gegend... abchecken. Ja. Geniet sich das Spiel. Und ich sorge mal... Ein bisschen... Später würde ich meinen... Macht Fun. Ist noch ein bisschen Alpha, aber das wissen wir ja. Gut. Und später schau ich nochmal rein. Bis dann.